Hi, ich bin Theresa aus dem Sales von Jellypipe. Der 3D-Druckmarkt wächst und wächst und wir sind ein Teil davon. Wenn auch Sie ein Stück von diesem Kuchen abhaben möchten, sind Sie bei uns genau richtig. Jellypipe ist ein international tätiges Unternehmen und wir haben folgendes vor. Wir bringen Ihnen den 3D-Druck ins eigene Unternehmen, ohne dass Sie hierfür einen weiteren 3D-Drucker kaufen müssen. Beantworten Sie einfach folgende drei Fragen für sich selbst. Brauchen Sie oder Ihre Kunden 3D-Druckte Bauteile? Möchten Sie Zugang haben zu über 14 verschiedenen additiven Technologien und Zugang zu über 100 verschiedenen Werkstoffen? Und Frage 3. Ist Ihnen genauso wichtig wie uns, dass Unternehmen, die zusammenarbeiten, im engen partnerschaftlichen Austausch stehen? Wenn Sie diese drei Fragen mit Ja beantworten können, nehmen Sie sich doch gerne ein paar Minuten Zeit. Jellipipe ist nahezu zu 100% im B2B-Zuhause mit einem starken Fokus auf der Industrie. Heißt, unsere Kunden kommen üblicherweise aus der Medizinaltechnik, aus dem Maschinen- und Anlagenbau, aber auch aus dem Automotive. Diese Kunden haben Bedarf nach 3D-Druckten Teilen. Immer mehr, wir gehen von einem Marktwachstum von etwa 20% jährlich aus und mit Jellipipe können Sie davon profitieren. Diese Endkunden bestellen 3D-Druckte Teile bei unseren Vertriebspartnern. Bei Jellipipe heissen unsere Vertriebspartner Solution-Partner. Die Bestellungen werden dann automatisiert abgewickelt und landen in unserer einzigartigen Print Factory. Unsere Print Factory ist die grösste in ganz Europa und darauf sind wir auch ein bisschen stolz. Ihre Kunden haben in Zukunft eine ganz einfache Möglichkeit, zu einem verbindlichen Angebot für 3D-gedruckte Bauteile zu kommen. Das funktioniert ganz einfach, nämlich Ihr Kunde nimmt ein gängiges 3D-Druckformat, lädt die Datei in Ihrem Store hoch und der Konfigurator liefert in wenigen Sekunden einen verbindlichen Preis und eine verbindliche Lieferzeit. Nachdem Ihr Kunde das Bauteil in Ihrem Store erfolgreich bestellt hat, wird es von der Jellipipe Print Factory produziert. Die Jellipipe Print Factory hat für Sie drei Vorteile. Erstens haben wir ein unglaubliches Material- und Technologieangebot. Denn heute können wir 14 additiven Technologien und über 100 verschiedene Materialien liefern. Auch entsprechend zertifizierte Materialien. Zweitens haben wir eine lokale Fertigung. Das ist vor allem für Sie sinnvoll, wenn Sie schnell einen Prototyp benötigen. Drittens haben wir aber auch überregionale Produktionsmöglichkeiten, damit auch Ihre Grossserie zu attraktiven Preiskonditionen produziert werden kann. Mit unserem eigenen Ingenieering-Team unterstützen wir Sie in verschiedenen Belangen. Auf der einen Seite helfen wir Ihnen, komplexe Kundenprojekte erfolgreich abzuschliessen. Auf der anderen Seite unterstützen wir Sie beratend, wenn es um das Thema Material- oder Technologieauswahl geht. Zusätzlich haben wir eine eigene Logistikabteilung. Das heißt, Sie müssen sich nicht um die Logistik oder um Zollabfertigungsthemen kümmern. Das übernehmen wir für Sie. Da stellt sich die Frage, was ist Ihre Aufgabe als Solution-Partner? Ein Solution-Partner bietet eine Lösung an. Eine Lösung im Bereich 3D-Druck. Sie senden das Gesicht zu Ihren Kunden und betreuen die Projekte, die Ihre Kunden auf Ihrem Jellypipe Store hochladen und bestellen möchten. Und was tut Jellypipe für Sie? Wir bei Jellypipe haben ein eigenes Engineering- und Marketing- und Sales-Team. Meine Kollegen und ich greifen Ihnen gerne auch bei technischen Fragen unter die Arme und unterstützen Sie dabei, das zu tun, was Sie am besten können. Großartiges im 3D-Druck umzusetzen. Wir können Sie von einer Partnerschaft mit Jellypipe profitieren. Sie erhalten entsprechend Ihren eigenen 3D-Druckshop eingebettet in Ihrer eigenen Webseite von uns. Wir kümmern uns um den gesamten Waren- und Finanzfluss. Entsprechend erhalten Sie auch Ihre eigens definierte Marge pro bestellten Auftrag auf Ihrer Webseite von uns an Sie ausbezahlt. Wir unterstützen Sie entsprechend auch in technischer Hinsicht mit unserem Engineering-Team, sowie auch im Marketing-technischer Hinsicht und auch im Sales mit Zahlen, Daten und weiteren Informationen, wie Sie Ihre Endkunden bearbeiten können. Um im 3D-Druck erfolgreich zu sein, sind folgende Faktoren entscheidend. Das Thema 3D-Druck muss in der Unternehmensstrategie verankert sein. Sie brauchen intern eine Person, die sich aktiv um das Thema kümmert und den Markt auch entsprechend aktiv bearbeiten kann. Sie müssen Motivation und auch Freude mitbringen, sich das Fachwissen im 3D-Druck anzueignen und sich stetig weiterzuentwickeln. Sehen Sie sich als neuen Solution-Partner von Jellypipe, dann vereinbaren Sie noch heute einen Termin mit uns. und dann auch Sie müssen wir uns ansetzen, informieren Sie sich als Team pounds und wird Ihnen immer verankert werden. 겼ats